Und los geht's! Matthias, volle Komme! Unplatschner Matthias, 5.1 von der Steiermark nach Herring, dass ich da ein Auto fertig aufgerufen habe. Eure Lachen der Zornböfen zugegangen, deren Seinzeit sehr dicht auf sich hat. Am Ende haben wir noch den Matthias. Und eurer Schlussapplaus. Dankeschön für Reinhardt auf der Volksschulbahn. Matthias, zwei Bärchen und wir werden geschaltet. Der Matthias ist sehr großartig. Achtung über und in der Hochschule. Jetzt die berüchtige Kurzhandlung. Und Konzentration. Jawoll, sehr gut gemacht. Und jetzt wird der Baumstamm 100 Kilo. Jetzt wird's richtig interessant, Freunde. Jetzt wird's richtig interessant. Einfach! Auf geht's, Faxi! Komm, komm, komm! Faxi ist auch schon mal. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Im Laufschritt. Das wird ein Kopf an Kopf reinnehmen. Von Matthias und von Reinhardt. Wir brauchen wieder eure Unterstützung. Auf geht's, Faxi! Auf geht's! Da geht's aber noch hoch! Und nieder! Und auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Jawoll! Geht's, geht's schon, geht's schon, geht's schon! Die letzten 30 Sekunden nehmen wir an. Auf geht's! Geht's schon ein Hinwanderer. Jetzt wird's natürlich zart. Auf geht's! Auf geht's! 270 Kilo. Ständig nach oben aus dem Kreuzhauser. Das ist die Kraftakte. Wo haben wir noch Zeit, Martin? Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Geht, Wander. Drei, vier, die gehen noch. Okay. Passt, Applaus. Das sieht gut aus. Komm, 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 komm. Sehr gut, sehr gut. 100 Kilo. Ja, fast exekommen. Da, da, da. Das trägt, wenn es sie das, geht esst. Drei, da. Ich freue mich. Mach.